Die Stadt Taipei startet jetzt einen Versuch mit intelligenten Müllcontainern, um eine bequemere Müllentsorgung rund um die Uhr zu ermöglichen. In Taiwan kann der Müll bisher nur zwischen 6 und 10 Uhr abends zweimal an bestimmten Straßenkreuzungen in die Müllfahrzeuge geworfen werden. Verwendet werden dabei dürfen nur gebührenpflichtige Müllbeutel. Das neue iTrash genannte Verfahren ist ebenfalls gebührenpflichtig. Gezahlt wird mit der auch für den öffentlichen Nahverkehr verwendbaren EasyCard. Die Gebühr wird nach Gewicht erhoben. 200 Gramm kosten 2 Taiwan-Dollar, ab 500 Gramm kostet jedes weitere Kilogramm dann 8 Taiwan-Dollar. Dies entspricht etwa 0,22 Euro. Ob sich das neue System durchsetzen wird, das ist noch offen. Es ist nämlich teurer als die herkömmliche Mülltüte. An drei Stellen soll der intelligente Müllcontainer getestet werden, und zwar im Zhongzhong-Bezirr und in Beito. Untertitelung des ZDF für funk, 2017